Was geht ab YouTube? Unser heutiges Video dreht sich um den Rapper AZ sowie auch um den Rapper Samra. Ja, die beiden sollen wohl eine Zusammenarbeit in den letzten Wochen geplant haben und haben sie wahrscheinlich schon gemacht. Wahrscheinlich steht der Song schon in allen Startlöchern, nur wir haben es noch nicht gehört, Freunde. Aber nochmal ganz kurz, worüber geht es hier überhaupt? Vor einigen Tagen hat AZ seinen neuen Track Yoon Jam, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgedrückt habe, Freunde. Der Song ist speziell an den alten AZ und seinen alten Rap-Künsten angelehnt. Und somit hat er sich natürlich von einer ganz alten Seite wieder mal gezeigt. Aggressiv, wie man ihn kennt, ja wirklich bam, 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 wirklich krasse Lines. Samra hat das Video gepostet auf seinem Instagram-Account, auf seiner Story und somit hat er prompt eine Antwort von AZ bekommen. Daraufhin schrieb AZ, danke für deine Unterstützung, Bruder. Libanon, Albanien wird Zeit. Das hört sich wirklich so an, als könnte sich da eine Zusammenarbeit der beiden Erfolgsrapper aufbahnen, Freunde. Wird auf jeden Fall heftig sein, beide haben eine krasse Reichweite. Beide sind talentierte, junge Rapper, Künstler, ja. So, das war es mit diesem Video, meine lieben Freunde. Was haltet ihr zu dieser Thematik? Findet ihr die Kombination Samra und AZ? Das wird sich auf jeden Fall Bombe anhören. Zwei wirklich charakterstarke Rapper, würde ich mal so sagen. Also, wenn da wirklich was kommen sollte, ich bin mega gehypt, Freunde. Was sagt ihr zu dieser Thematik? Ich wünsche mir einen schönen Kommentar von euch. Peace and out!